ja herzlich willkommen leute zum neuen video und zwar gibt es heute einen katan vergleich ihr seht die verschiedenen label das sind die katan diese hier vor dem letzten jahr die d und die super 2 und gegen die aktuellen katan bürger hammer b d und super 2 ich würde sagen wir fangen an mit den neuen katan b bürger so es folgen die neuen katan d ballon als nächstes die größten super 2 katan jetzt natürlich im direkten vergleich die katan die alten katan und ihr werdet überrascht sein wer hier gewinnt katan d ja ihr habt schon gemerkt die sind deutlich besser jetzt noch die super 2 von katan also die neuen jungen junge der hat mal richtig gedrückt also wir hier deutlich hören konntet die neuen cut die alten katan die alten katan will also mit diesem label sind wirklich deutlich besser haben auch glaube ich mehr einem